Wenn ich mich immer mit dem Zweitbesten zufrieden gegeben hätte, mit dem Zweitbesten Abstoß, mit der Zweitbesten Parade, mit der Zweitbesten Taktik, mit dem Zweitbesten Verein, dann wäre ich jetzt auch aus meiner Sicht bei der Zweitbesten Vorgesellschaft. Aber wer will das schon? TSV Investigations, Deutschlands bester Spendenverwalter. Wir bringen ihre Sponsorengelder an den Wirt. Gell, Jens? Jetzt pass mal auf.